Ich finde Rom einfach wunderbar, eine Art Dschungel. Mal voll Lärm, mal friedlich, wo man sich im Dickicht verstecken kann. Weißt du, hier trifft man alle Leute, die für uns interessant sind. Man hört dies und das, man macht ein Foto. Was schätzen Sie im Leben am meisten? Was denkst du, dass du die meisten in der Leben möchtest? Love, love and love. Liz. Marcelo, hast du mich jemals so nah gehört? Das am wärmlichste Leben in Freiheit ist besser als eine in dieser Gesellschaftsordnung verankerte Existenz. Ein Leben, in dem alles organisiert ist, in dem alles festgelegt ist. Das am lieblichste Leben in Freiheit ist besser als eine in dieser Gesellschaftsordnung. Das am lieblichste Leben in Freiheit ist besser als eine in dieser Gesellschaftsordnung. Das am lieblichste Leben im Verein. Untertitelung des ZDF, 2020